Hallo alle und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Mod Spotlight hier bei mir auf dem Kanal und zwar geht es heute um den Elevator Mod und der Elevator Mod beschränkt sich auf ganz ganz viele unterschiedlich gefärbte Elevator Blöcke und das Grundprinzip ist immer dass man acht Wolle hat eine Ender Perle und je nachdem was man wie man die Wolle halt entsprechend einfärbt bekommt man dann halt eine unterschiedliche eine unterschiedliche Farbe raus die Farbe ist für den Elevator Mod komplett irrelevant wichtig ist halt ganz einfach nur entsprechend die Distanz beziehungsweise wo dann Elevator Blöcke entsprechend gesetzt sind müssen natürlich auf der richtigen Ebene entsprechend gesetzt sein also auf der in der Höhe halt natürlich entsprechend okay das heißt wir haben jetzt hier einmal schon mal vorbereitet also wir haben hier einmal alle unterschiedlichen Elevator Farben die es entsprechend einmal gibt und wir haben hier zwei oder beziehungsweise drei unterschiedliche Ebenen vorbereitet einmal Sand einmal Holz und einmal Kabel und wir werden jetzt einfach mal die den weißen Elevator nutzen und wir benutzen den Elevator nehmen wir die Leertaste drücken Leertaste nach oben okay sind wir hier schon mal auf der Holzebene und wenn wir noch mal die Leertaste nach oben drücken kommen wir auf die letzte Ebene entsprechend okay mit shift gehen wir nach unten und so können wir die ganze Zeit zwischen den Ebenen entsprechend hin und her reisen okay wenn wir jetzt wir können natürlich auch sagen okay wir nehmen jetzt größere Abstände aber es muss natürlich entsprechend halt natürlich dann immer an derselben Position in der in der Horizontale sozusagen halt entsprechend halt sein das bedeutet man kann jetzt hier zum Beispiel die diese Ebene hier zum Beispiel auch auslassen dann wäre man entsprechend auf der letzten Ebene was auch noch mit funktioniert ist man kann das auch durch Blöcke ganz einfach machen das heißt ich nehme das jetzt mal mal so und wir sehen okay jetzt ist hier natürlich nix frei das heißt wir können gehen nach oben mit Leertaste und wir sehen es hat entsprechend trotzdem funktioniert so viel auf jeden Fall zum Elevator Mod vielen Dank fürs Einschalten ich hoffe ich konnte euch ein bisschen was erzählen lasst einen Daumen nach oben da bis demnächst Ciao